Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crossroads Inn. So sieht unser momentanes Endergebnis aus. Hier passt nur ein Tisch hin und hier konnten uns keine Stühle mehr leisten. Wir haben jetzt noch 20 Gulden. Das heißt wir müssen ganz dringend das Gasthaus wieder öffnen und zusehen, dass wir wieder neue Gäste bekommen. Die latschen hier alle dran vorbei. Das heißt ich würde sagen wir drücken hier auf öffnen und dann lassen wir weiter laufen. Und ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wie wir jetzt weiterkommen. Warteschlange vorbereiten. Wo ist das hier? Wirklich. Wie viele Gerichte, Getränke mit den vorhandenen Ressourcen vorbereitet werden können. Warteschlange, Lageeinstellungen vorbereiten. So dreckige Sachen lagern wir hier nicht ein. Ich dachte hier werden Getränke eingelagert, aber gut. So wenn wir da kein dreckiges Geschirr mehr einlagern, wenn wir dann noch sauberes Geschirr einlagern, dann können wir hier das saubere Geschirr ausstellen. Geschirr. Tassen. Dreckig. So dreckig lassen wir drin. Und hier kommt das saubere Zeug rein. Dann schauen wir mal. So. Da werden es geöffnet. Es kommen auch schon wieder die ersten Leute rein. Das ist sehr gut. Das heißt wir haben bald wieder Geld um... Ach hier fehlt auch noch ein Stuhl. Um uns die restlichen fehlenden Stühle zu kaufen. Auf jeden Fall haben wir jetzt denke ich mal eine Menge Platz. Und das ist im Stil der Abenteurer eingerichtet. Aussehen ist derzeit sehr gut. Das freut. Also zumindest deutlich höher als vorher. Ich meine vorher waren wir so bei 60% oder 61%. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So. Auf jeden Fall. Die Quest sagt wir müssen Handelsrouten aufbauen. Wäre ich mich enttäuscht. Wo ist denn die Quest hin? Muss ich die erst aktivieren. Verbinde dein Gasthaus und Auray. Durtal und Auray. So. Handelsroute etablieren. So. Das haben wir jetzt wieder aktiv geschaltet. Dann gehen wir nochmal auf die Karte. Oh. Was ist jetzt los? Ach genau. Eine Gruppe verdächtiger Personen betritt dein Gasthaus. Du merkst, dass sie unter ihrem Mantel und Lumpen Rüstungen verstecken. Einer von ihnen sieht deinen Blick und sagt dir, dass du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern sollst. Ein anderer von ihnen fragt, ob du möchtest, dass ein Unternehmen Geschäfte mit ihnen macht. So. Genau. Bei solchen Sachen habe ich diese ganzen Deko-Zeugs gekauft. Allerdings haben wir jetzt gerade leider nicht mehr genug Geld. Das heißt, wir mussten die jetzt leider wegschicken. So. Jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. Auray. Da oben. Handelsroute. Da haben wir nicht genug Einfluss. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir hier unseren Einfluss erhöhen. Was aber auch nicht geht. Ich habe allerdings keine Ahnung, warum. Ob wir da erst noch was anderes machen müssen. Ob wir da ein bisschen Werbung machen müssen oder was. Bedürfnisse, Glücksspiel. Ja, das können wir leider nicht erfüllen. Übernachtung. Ja, das können wir erfüllen. Glücksspiel, Getränke, Rauchen. Auswirkungen neu. Auswirkungen 14. Würde ich mal den wählen. Eigentlich kostet das 330 Gulden. Die haben wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir sie. Also machen wir das. Dann hoffen wir mal, dass so ein bisschen mehr Leute zu uns kommen ins Gasthaus. Und wir dadurch den Einfluss erhöhen können. Vielleicht funktioniert das ja. Ich hoffe mal. Ist das ein Adeliger oder ein Städter? Ne, Städter. Wir brauchen gleich Geld für Stühle. Hier kommen diese Abenteurerstühle für 50 Gulden hin. Das heißt, dann brauchen wir auch nicht ganz so viel Kohle. Aber jetzt müssen wir erst mal schnell davor laufen lassen. Und dann schauen wir mal unser Lager an. Nicht, dass uns hier die Sachen ausgehen. Sieht aber gut aus. Getränke haben wir noch. Mehl, Brot, Kerzen wird ein bisschen knapp. Könnten mehr Kerzen gebrauchen. Und Wurst brauchen wir auch neue. Das heißt, wir sollten unser Geld jetzt vielleicht erst mal zurückhalten. So, hier machen wir alles neu. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erst mal warten, so wie es aussieht. Also bei dem Badespiel wieder von alleine. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss sagen, die Haupthalle ist doch noch ein bisschen zu klein eigentlich. Die hätten wir eigentlich noch größer bauen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich denke mal, je nachdem, wie gut das Spiel bei euch weiterhin ankommt, wenn wir die Kampagne irgendwann durch haben, werden wir mal ein freies Spiel oder ein Szenario starten. Und dann sind wir auf jeden Fall schlauer und können viel effektiver bauen am Anfang. Aber jetzt machen wir erst mal mit der Kampagne weiter. So, jetzt gucken wir noch mal nach. Kerzen brauchen wir, Wurst brauchen wir. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Zwiebeln haben wir noch. Gut, Kerzen und Wurst auf jeden Fall. Jetzt lasst mich mal schauen, war das hier am günstigsten? Kerzen 106. Oder war das hier eine falsche Schaltfläche? Oder war das hier günstiger? 101. So, dann kommen wir uns mal 10, 20, 30, 40, 50. Wir haben 2000. So. Brot haben wir eigentlich noch genug, aber da können wir mal zwei mitnehmen. Eier können wir mal zwei mitnehmen. Fisch brauchen wir noch nicht. Lager. Lager ist immer wichtig. Medizin. Ich weiß nicht, wofür wir Medizin brauchen. Eventuell für kranke Angestellte, da bin ich mir aber nicht sicher. Deswegen lassen wir es erst mal sein. So, Zwiebeln. Können wir auch noch einmal mitnehmen, dann falschen wir noch mal. Und dann bestellen wir mal. So, da sind wieder Zwielichtige geschalten und uns ein Holzschild anbieten wollen. Achso, wir können jetzt natürlich den Deal machen. Wir können die bedrohen. Du hast Müll gebracht. Meinst du? Meinst du? Hervorragend. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Gib deinem Diener ein Zeichen, ein geheimes Zeichen, um die Stadtwache anzurufen, anzurufen. Gibt es schon Telefone? Es gibt eine Belohnung für den Verkauf von Desertierten und Verrätern oder sag ihnen, dass sie gehen sollen. Ich würde fast vorschlagen, 243. Ich weiß nicht, was bei Bedrohung passiert. Wir machen mal Bedrohung. Das habe ich noch nie gemacht. Ich sage, bitte, bitte. Ich versuche es noch mal. Wannaderei. Achso, die bieten uns dann andere Sachen an. Ich sage mal, okay, ich will ja die Gesetzlosen auch nicht verärgern immer. Das sind ja auch noch teilweise unsere Gäste. Auch wenn ich sagen muss, ich hätte mich jetzt gerne langsam auf Reisende und Stadtleute spezialisiert. Reisende sind momentan allerdings sehr wenig. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Eigentlich, wir haben das hier im Stil der Reisenden. Das Gästezimmer, wenn ich mich nicht täusche, ist im Stil der Stadtleute. Wir hoffen mal, dass sich das einfach noch einpendeln wird. Wir haben auch Gerichte für Reisende, das weiß ich. Für Stadtleute allerdings noch nicht, glaube ich. Wir können die ganzen Sachen hier nicht laden, warum nicht? Achso, das waren alte Nachrichten. Warum denn jetzt schon wieder Dreck? Ich mache doch mal sauber. So, die Küche, ja gut, die Küche sieht natürlich aus wie Sau. Aber ich glaube, im Mittelalter ist das zu verkraften in so einer Spielunke wie unserer. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich wüsste, wie es weitergeht. Handelsroute können wir nicht. Wir haben 67%. War das vorher weniger? Kann das sein, dass das jetzt ein bisschen gestiegen ist, weil ein paar Gäste von da gekommen sind. Ori und Durthal sollten wir machen, ne? Hey, was ist das denn? Ein Mediziner. Ach, wir können da kranke Arbeiter hinschicken, damit die geheilt werden. Das ist ja praktisch. Ich bringe mal einen nach dem anderen. So, hier sind wir schon fast soweit, dass wir Deko-Sachen kaufen können. Dann machen wir hier mal ein bisschen Werbung. Also, wir können hier Abenteurer und Bauern werben. Allerdings haben die keine Bedürfnisse anscheinend. So werden es nur Bauern, trinken und rauchen, das wäre kein Problem. So auch nur Bauern. Wir wollen trinken und schlafen. Ja, wir wollen ja eigentlich mehr Reisende anlocken, also machen wir mal das. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht können wir ja so wirklich mehr Gäste anlocken. Und schneller in der Gunst steigen, damit wir mit den Quests vorankommen. So, wir haben 32 Leute in der Taverne. So, wir haben auch wieder ein bisschen Geld. Ich schaue noch mal nach dem Lager hier. Oh, Lagerbier wird schon wieder knapp. Ich habe gar keine Wurst gekauft, fällt mir gerade ein, kann da sein. So, das sind wir Soldaten. Schicken wir einfach. Ah, jetzt habe ich sie einfach weggeschickt. Ich wollte es natürlich ansprechen und dann wegschicken. Ich habe gar keine Wurst gekauft, fällt mir gerade so ein, kann da sein. Wir haben auch gar keine Wurst mehr. So ein Mist. Wo kann ich denn gut Wurst kaufen? Wurst gibt es hier nicht. Ich glaube, hier oben konnten wir die ganz gut kaufen. 158 Durchschnittspreis, 150 gibt es ja gar nicht. Warum ist denn das zu teuer? So, 10 Wurst. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Wein mit. Und Lager auf jeden Fall. Oh, wenn wir zwei Plätze noch frei kommen, ich mache noch mal mit Lager voll. Falschen. Und bestellen. Da können wir jetzt zwar leider die restlichen Stühle noch nicht bauen, aber da kann man nichts zu machen. Aber noch mal ein bisschen mehr Gulden haben. 500 könnten schon reichen. Da kommen die 50er Stühle hin. Wo kann ich den? Ach, das steht schon ein Stuhl, deswegen kann ich den nicht setzen. So, hier unten fehlt auch noch ein Stuhl. Und jetzt haben wir aber alle Tische mit Stühlen besetzt. So, wenn hier jemand tanzen will, ist zwar nicht allzu viel Platz, aber so wo gehen, denke ich mal. So, wo ist denn unser Bade? Der könnte eigentlich mal ein Lillein trellern. Ist der oben in seinem Zimmerchen? Nö? Der Bade ist weggelaufen, aber ich sehe ihn einfach nur nicht. Mach mal etwas langsamer. Wo ist er denn? Wo ist der abgehauen? Das ist er nicht. Das ist er glaube ich auch nicht. Und schon ist der Bade weggelaufen. Ach, da ist er doch. Liedchen trellern. Vorführung starten heißt es. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Aber ich hoffe mal, dass es den Leuten am besser gefällt, dass sie dann eher wiederkommen oder vielleicht noch was zu trinken kaufen. Ein Fremder in zerrissenen Klamotten und Lumpen kommt auf dich zu. Was kann ich für euch tun? Dieser blutige Krieg hat unsere Ernte verschlungen. Wir haben nichts zu essen. Was genau möchtest du? Knoblauch. In Ordnung. Wir helfen den Leuten natürlich. Wir sind ja ein netter Gastwirt. Und vielleicht oder wahrscheinlich der zukünftige König des Landes. So kann es nicht schaden, wenn uns das Volk mag. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das bringt. Aber ich vermute mal, dass die Leute dann einfach lieber wiederkommen. Oder vielleicht auch mehr trinken, länger bleiben. Liegt hier eine Leiche vor der Tür? Ist das eine Stabsleiche oder was ist das? Keine Ahnung. Aber hier haben wir auch so ein Verpackten, der steht hier schon seit Ewigkeiten rum. Auch als ich Offscreen weiter gespielt habe, um das Geld zu sammeln für die Theke. Es stand hier schon rum. Jetzt können wir ihn rauswerfen, glaube ich. Die Schaltfläche hat vorher gefehlt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob unsere Rausschmeißer da hinkommen. Mal erbrüllen ihn an. Jetzt geht er. Alles klar. Was mit dem ist, weiß ich nicht. Der liegt hier halt so rum. Der macht ein Nickerchen oder was. So. Schauen wir nochmal. 74. Das hatten wir eben auch schon, oder? 84. Hier sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Das heißt, wir können hier sogar wieder Jorwil Schild 2 Schicken wir mal einen hin, um das zu lernen. Und dann können wir hier ein bisschen Jorwil Schilder aufhängen. Und dann sollten wir auch mehr Leute aus Jorwil anloggen. Können wir ja über den Tisch schon mal ein bisschen was hängen. So, kriegen wir einen Jorwil Schild 2 entsperrt. Sehr schön. Ah, das müsste ja Deko sein. Jorwil Schild 2. Das ist Banner 4, das für Reisende. Ah, und das ist die Fraktionsgedöns. Das hier wäre auch Jorwil gewesen. Wandbanner 1. Wandbanner 2. Das kostet 100. Das kostet schon mal 50. Wandbanner 2 und Schild haben die gleichen Auswirkungen. Das Schild ist aber günstiger. Wir nehmen jetzt einfach mal das Schild. So, können wir das Banner hier auch hinhängen an die Tische. Tatsache. Hätte gedacht, das wäre zu lang. Ich mach einfach mal so. So, da kommt noch ein Schild hin. So. So, das wäre für Reisende. Auch Reisende. Das sind Banditen. So, die Banditen wollen wir erstmal nicht weiter anloggen. Genauso wenig wie die Bauern. Das heißt, das Zeug kommt weg. Ähm. Das sind auch Reisende. Geht schnell dreckig. So, die Sachen sind nicht so pralle, weil die schnell dreckig werden. Aber es sind die einzigen Sachen, womit wir spezielle Bevölkerungsgruppenwanderung können. Ja gut, mit dem Schild hier noch. Dem auch. L2. Das ist aber das einzigste, was hier zwei Stufen erhoben hat. Können wir hier auch nicht so hinhängen. Achso, das war falsch rum. Deswegen machen wir mal so und so. Und wir haben noch ein Schild von für die Reisenden. Das machen wir mal hier hin. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Groß was bringt, was ich da mache. Auch immer im Stil der Reisenden. Aussehen 126, Größe 100. Sicherheit 50 Sauberkeiten 0. Einigen, ganz wichtig. Immer schön sauber halten hier. So. Können wir hier irgendwas vorbereiten? Ne. Ich verstehe das mit dem Vorbereiten hier nicht. Wie viel Getränke oder Gerichte von den vorhandenen Ressourcen vorbereitet werden können. Wir haben hier acht Tassen. Also können doch achtmal... ... 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 Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, so wie immer. Und ich hoffe mal wir kommen jetzt möglichst schnell voran. So, wir könnten eigentlich mal gucken ob wir noch eine Bedienstete bekommen, eine neue. Äh, da müssen wir hin. Die soll die Leute bedienen und die soll sauber machen. Die ist faul, chaotisch, düstern, düstern ist aber nicht schön, aber tapfer, überzeugend, kränklich und feiglich. Kommen wir nehmen mal die Karima, die ist dann ja hier unten, so geht auf Geschwindigkeit. Jowell Schild 1, äh, 139 hoch nehmen wir. So, jetzt hat er uns hier aus dem Menü rausgeschmissen. Äh, dahin. Geschwindigkeit hoch, genau. Und wir haben eigentlich immer alles hoch und Gasfiedschaft auf niedrig. Bei der machen wir jetzt Reinigung hoch, der Rest auf Mittel und Gasfiedschaft niedrig. Mal schauen ob das funktioniert, dass die dann schneller reinigen hier. Ja, ich weiß natürlich auch nicht, ob das einen Einfluss hat, dass das jetzt ein bisschen eintönig ist. Hiermit immer die gleichen Sachen, die wir ausgehängt haben. Ich hoffe mal nicht. Weiß es aber nicht. So, 30 Gäste ist eigentlich schon fast ein bisschen wenig. Ach, der war auch schon ein paar mal hier. Der Abenteurer. Aber wir haben ja noch eine Abenteurerin im Privatzimmer oben. Und derzeit haben wir auch keine Mission, die wir machen müssten. Also bräuchten wir nicht noch einen Abenteurer. So Leute, wir schauen noch mal gemeinsam nach, ob sich hier was getan hat. 91 Prozent, das sieht doch schon sehr gut aus. Guck mal, wir können doch sogar eine Handelsroute anlegen. Ist das richtig? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie geht denn das? Beliebte Rohstoffe. Rot. Was ist jetzt passiert? Waren jetzt Schriftrollen ausgegeben? Oder? Äh, was haben wir jetzt gemacht? Ach, wir haben jetzt dafür bezahlt, dass wir handeln dürfen, ja? Wie sieht das hier aus? Oh, guck mal, hier dürften wir auch schon eine Handelsroute machen. Jetzt war mal kurz meine Stimme weg. So, das sind wir Soldaten. Dann nähern wir uns und dann schimpfen wir die aus. Und Leute, ich hoffe es hat euch bis hierhin gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Benutzt in der ehem